... an der Startstelle, der Hauptstadt hat die Fahne gehoben und der Start ist erfolgt. Hier kann ich Ihnen leider aufgrund von Unkenntnis der Reiter und der Pferde nicht genau sagen, wer sich momentan in Führung befindet. Alle vier Teilnehmer, alle vier Kalbblüder noch ziemlich eng und ziemlich beisammen. Alle vier Teilnehmer können hier noch den Sieg davontragen. Wir haben hier eine Dreiviertelrunde für die Teilnehmer. An der Außenseite greift jetzt mächtig an und Ihnen wird dagegen gehalten. So geht es jetzt, die Zielgerade herunter. An der Außenseite gewinnt die Sechste, Leo Vulcan, Fortuna Tellus.